Zuerst muss ich mit eurer Seele bemächtigen. Jetzt atmet ein. Ah, meine Anhänger haben mir eine frische Seele geschickt. Gut, ich bekam... Wartet, irgendwas mit euch ist anders. Und wer seid ihr, dass ihr mich herausfordern wollt? Ich habe die Sterblichkeit selbst bezwungen. Ich habe den Daedra-Fürsten in die Augen gespuckt. Dieses Reich gehört nun mir. Ich habe zu viel geopfert, um es mir von euch wegnehmen zu lassen. Ihr hättet nie Herkunftsverdiener. Daedra! Und wer ist die Grund hier? Ohne Nordelmethoden geltend. Ohne Scheiße! uls Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Mit Anwärtern für die Akademie habe ich nichts mehr zu tun Ich bin Zuerst muss ich mich eurer Seele bemächtigen Jetzt atme tief ein Ah, wartet, irgendwann Und wer Das ist mein Reich Ich werde es mir nicht von euch wegnehmen lassen Ich werde es mir nicht von euch machen lassen Ich werde es mir nicht von euch verletzen lassen Ich werde es mir nicht von euch verletzen lassen Ja! Marlins Verzauberungen sind gebrochen. Wartet! Ich hole eure Seele dort heraus. Macht euch bereit! Schon gut. Die Taubheit wird vorübergehen. Überanstrengt euch nur. Wir haben es geschafft. Der Stern wurde von Azura entfernt. Und Marlins Seele hat jetzt endlich in gewisser Weise Frieden gefunden. Wenn auch in der Nicht-Existenz. Nur zu! Nehmt es! Dieses Kapitel meines Lebens würde ich lieber hinter mir lassen. Glückwunsch! Ihr habt das Schicksal eines dedrischen Artefaktes geändert und seid immer noch am Leben. Wir halten bitte in Ordnung im Augenblick. Es ist immer so unständlich, ihn aufzufüllen. Das ist wohl der Grund, ne? Ja! 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.